auf dem mount chilead habe ich guten überblick jedes mal sehe ich den leuchtturm und denke dort ist was dort rechts vom eindeutig dort rechts vom gefängnis er kann zweites direkt geklappt das über dem haus das ich mal im rp hatte da habe ich das weggehen verpasst aber das war da über dem haus das auch den welcome banner hat für die aussehe ja genau über diesem haus ja mehr gibt es da nicht zu sehen ja